Spielt dein Schätzmeister am besten gemeinsam in der Gruppe, denn so macht es am meisten Spaß und so hat man auch die größte Herausforderung. Und so funktioniert es. Seht euch den ersten Kreis an und versucht den Durchmesser abzuschätzen. Aber Hände weg vom Lineal. Reines Augenmaß ist hier gefragt. Achtung, die Schätzung soll in Millimeter abgegeben werden. Ihr wisst 1 cm ist ja 10 mm. Tragt diese Schätzung dann in das Feld Schätzung ein und passt auf, dass eure Sitznachbarn nicht bei euch abschauen. Erst wenn alle Mitspieler ihre Schätzung für den ersten Kreis eingetragen haben, am besten sagt ihr da fertig, wenn er fertig ist, erst dann nehmt ihr ein Lineal und zeichnet in den Kreis den Durchmesser ein und ihr messt nach. Tragt dieses Messergebnis dann anschließend in das Feld Messung ein. Wenn das jeder hat, dann berechnet ihr zum Schluss noch, wie viele ihr euch verschätzt habt. Berechnet dazu einfach die Differenz zwischen der Schätzung und der Messung, also Minusrechnen. Rechnet dazu immer die größere Zahl der beiden minus die kleinere Zahl. Manchmal geht das auch ganz einfach im Kopf, also hier 80 und 75, da ist klar, dass das 5 ist dazwischen. Wer sich innerhalb der Gruppe am wenigsten verschätzt hat, darf sich neben dem Kreis einen färbigen Punkt machen. Und das wiederholt ihr jetzt dafür alle Kreise am Blatt. Achtung, es gibt auch eine Rückseite. Wer zuletzt am meisten Punkte hat, gewinnt. Falls sich zwei Leute bei einem Kreis gleich viel verschätzt haben, bekommen beide übrigens einen Punkt. Und keine Sorge, bei den ersten beiden Kreisen kann es sein, dass ihr euch ganz schön ordentlich verschätzt. Mit der Zeit wird dann euer Augenmaß aber besser. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß.